Heyo Leute, Crimex hier, was geht, euer Paul Berger, herzlich willkommen zurück zur YouTube-Insel, was geht ab, Leute? Heute ist natürlich mal wieder einiges geplant, Leute, lasst ein Like und ein Abo da und... Hä? Leute, wer war denn jetzt heute schon wieder hier bei mir? Ey, jedes Mal, für Timmy von Candy, ich weiß nicht, wo er wohnt. Warum denn Candy, dass Timmy hier bei mir wohnt? Er hat doch seine eigene Base. Ey, jedes Mal, jedes Mal, Leute, wenn ich mich hier einlogge, war wieder irgendjemand in meiner Bude. Oha, wisst ihr was? Wenn man den Diamant schon bei mir zu Hause abstellt, dann ist er jetzt mir. Das ist die Steuer, die gezahlt wird dafür, dass alle immer bei mir rumlaufen, so ein Ding ist das. Leute, heute sind auf jeden Fall einige Sachen geplant, ja? Wir müssen auf jeden Fall unsere Mob-Farben nochmal ein bisschen verbessern, die hat ja letztes Mal nicht so ganz gut funkt. Oh, hä, ey, was? Oh, jetzt ganz ruhig bleiben, ich muss ganz ruhig bleiben. Candy? Oh, 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 Max? Alter! Äh, wie bin ich denn hier hingekommen, also? Ich hab mich wohl verlaufen, ey. Warum baust du dich in meine Bude rein? Ähm, naja, so, ich dachte, hier wohnt Timmy. Ja, hä, hä. Warum denkst du, dass Timmy hier wohnt? Sieht Timmy so aus, als könnte der so ein Haus bauen. Aua, ey, ich hab nur noch ein halbes Herz, bitte. Und warum hörst du hier Hühner, Alter? Hä? Äh, hast du hier Hühner in der Wand versteckt? Na ja, na ja, ja, Glück, äh, so, Überraschung. Hä? Ey, ich hab ein halbes Herz nur, kannst du mir was zu essen geben? Ich werd dir alles erklären. Du brichst hier bei mir in die Bude ein? Hast hier Hühner in meiner Wand versteckt und jetzt willst du noch Essen haben? Das war ein Unfall gewesen. Okay, dann bin ich mal gespannt, was du mir erklären willst jetzt hier. Ey, Leute, ich wollte ja einfach nur heute meine XP-Farm nochmal abchecken. Was soll das denn jetzt hier? Oh, es war folgendermaßen. Ich musste das zeigen, denn ich war hier vorne gewesen. Warte, warte, immer schön langsam. Digga, die Hühner sind total laut in meinem Haus. Was hast du denn da gemacht, Junge? Ich war also hier gewesen. Ja. Ey, der will abhauen. Okay, ich geb auf, ich geb auf. Okay, du hast einen Bogen, bitte. Ey, ich hab ein verzaubertes Netherite-Schwert. Gib auf, ich geb auf. Ich sag's noch einmal, wenn du einmal noch wegrennst, ich schieß dich ab. Ist mir egal, ob du stirbst. Ja, okay. Hast du das Wasser wie... Ey, Digga, du hast nicht mal das Wasser weggemacht. Ja, wir können da wieder hoch. Schau mal zu deiner Eingangstür. Dann wirst du sehen, warum ich da war. Ja, geh du vor mich. Ich lass dich nicht hinter mir alleine. Ja, genau. Da ist ein Enderman. Ja, da ist ein Enderman. Ich seh das. Du wolltest gleich den angucken, hä? Ja, vielleicht wollte ich das. Du denkst auch, ich bin hier irgendwie doof oder so. Also, folgendermaßen. Ja, wir gehen mal aufs Dach, würde ich sagen. Ey, aber warte. Also, wir müssen eine Sache abmachen. Ah, jetzt hast du das Wasser weg. Ey. Komm mal jetzt hier runter. Ich hab dich gefroren. Ja, komm mal jetzt. Du kommst jetzt. Du gehst jetzt erst mal rein da. Ja, okay. Wie viele Herzen hast du? Nicht alle. Hm, okay. Dann guck jetzt den Enderman. Ja, guck den jetzt nicht an. Lauf einfach dran vorbei, ohne den anzugucken. Wie soll das denn gehen? Ganz einfach. Einfach nicht in die Augen gucken. Aua! Oh, ich seh... Aua! Ey, ich seh... Aua, Hilfe! Ich hab den Enderman geschlagen. Oh, jetzt ist der Enderman auch sauer auf mich. Ey, das hast du mit Absicht gemacht. Ich bin groß. Äh, warte. So. Ich hab hier ins Portal reingelockt. Hä? Alter, das war schlau. Das hast du gerade mit Absicht gemacht. Sehr ehrlich. Ja, okay. Ich zeig's dir jetzt. Warte mal. Ey, das hab ich ja ganz vergessen. Du warst doch im Alpha-Clan drin. Hä, nein. Hä? Doch, doch, doch. Was ist denn Alpha-Clan? Du warst im Alpha-Clan drin. Du hast mich verraten gehabt. Ich weiß gar nicht, was das ist. So, herkomm. Herkomm, Candy. So, erstmal guck mal, was ich da hinten mit deiner Burg gemacht hab. Mit deiner Alpha-Clan-Burg. Ja, ach, Mann, ey. Ja. Ich will noch nicht hingucken. Ich guck erst in einer Woche. Nein, guck da hin. Guck da hin oder ich schlag dich. Ja, okay. Ich guck da hin. Och, Mann, nein. Das ist ja alles kaputt, ey. Candy, ich hab dich seit dem großen Krieg, seit einer Woche oder so, hab ich dich nicht gesehen. Und jetzt kommst du auf einmal hier wieder zu mir, baust dich durch meine Decke durch. Was soll ich denn da denken? Ja, ich verstehe. Ich werd's dir zeigen, warum. Aber warte, wir müssen abmachen. Du darfst mich nicht umbringen. Egal, was ist. Ich bring dich nicht um, aber du hast mich letztes Mal verraten. Ich hab dich hier bei mir leben lassen. Wir waren Freunde. Dann bist du dem Alpha-Clan beigetreten. Hast mich verraten, Metrusik. Hast mich angegriffen. Das hab ich nicht vergessen. Also denk nicht, dass ich dir jetzt hier direkt vertraue. Ja, okay. Dann komm mal mit. Und du bist ganz sicher nicht mehr im Alpha-Clan drin. Ich bin nicht im Alpha-Clan. Ich möchte einfach Frieden für alle. Frieden für alle. Ja, das will ich auch haben. So, und jetzt keine Spielchen. Ja, keine Spielchen. Äh, warte mal. Warte mal. Hast du hier neulich meinen Whirlpool kaputt gemacht? Wo hier Wasser durchsandt? Nein, das war ich nicht. Ich weiß aber, wer es war. Wer war es denn? Ich hab's ganz oft gelesen. Es war Alpha-Stein gewesen. Alpha-Stein. Ja, gut. Über die Weihnachtszeit sogar. Alter, okay. Ja, gut. Okay. Ich weiß was. Ich glaub dir jetzt einfach mal. Dann zeig mir jetzt, was du hier bei mir gemacht hast. Ja, dann komm mal mit. Wenn man nämlich hier lang geht, dann hier diesen Jump macht. Das ist ein bisschen schwierig, ja. Und dann hier drüber. Ja. Okay, so ein Jump'n'Run, okay. Und zwar ist das ein Zufall gewesen. Und zwar hab ich irgendeine, also ich hab ne neue Wohnung quasi. Und die ist halt zufällig hier drinnen. Also hier. Ey. Du baust jetzt hier nicht deine Wohnung über meiner Wohnung. Das war Zufall. Ich wusste nicht, dass... Ich bin gerade selber hier erst durchgefallen und hab dann gemerkt, huch, hier wohnt ja ein Crymax schon. Und du hast dir nicht vielleicht mal gedacht hier, äh, oh, da ist ja so Ziegelstein. Ja, das hab ich mir gedacht, aber ich dachte, hm, Minecraft halt. Aha. Und du weißt schon, du dachtest dir nicht, als du hier auf diesen Berg gegangen bist, dass da meine Wohnung ist. Nee, hab ich so nicht gesehen. Ich bin von der anderen Seite gekommen. Das ist genau wie das letzte Mal, als du deine Burg neben mein Penthouse gemacht hast und auch angeblich nicht gesehen hast, dass ich da wohne. Ja, das stimmt. So ein auf 200 Meter Höhe riesen Steinblock mit Beleuchtung, den man nicht sieht. Mitten im Himmel. Ja, jetzt wo du's sagst, jetzt fällt's mir auf, hätte ich sehen müssen. Muss ich zugeben. Hab ich nicht gesehen, aber hätte ich sehen sollen, ja. Gebe ich dir recht. Ey, ganz ehrlich. Hühner. Ich, okay, warte mal. Zeig mir erst mal, was du hier alles gebaut hast. Klar, also wir fangen hier an. Das ist natürlich der Eingangsbereich. Leute, der hat einfach eine Wohnung geheim über uns da gebaut. Na, nachdem ich dich beraubt habe, äh, ich gucke Filme. Du hast mich beraubt, aha, ja. Dann haben wir hier noch, haben wir hier noch, haben wir hier ein Schwimmbad komplett. Ein Swimmingpool hast du hier sogar gebaut? Na klar. Aha, okay. Ich wohne hier bestimmt schon zwei Wochen, also. Was? Frag mich auch gerade, Moment mal, wer hat sich hier eigentlich zuerst geboten, du oder ich? Alter. Aua, okay, ey. Sei leise, Junge. Was hast du für ein Schwert? Ich bin fast tot. Ja, ist ein Netherride-Schwert. Übertreib's nicht. So, was hast du denn hier alles Schönes? Mein Lager. Aha. Hast du irgendwas von mir geklaut? Wir haben nämlich zufälligerweise fünf Eimer gefehlt. Vielleicht hast du dir ja mal ein paar Eimer ausgebockt, um deinen Pool aufzufüllen. Fünf Eimer? Ich wollte nämlich gerade sagen, herzlichen Glückwunsch, sie sind nämlich der hundertste Besucher. Sie kriegen fünf, genau fünf Eimer, die ich noch dabei hatte. Ey, ich wusste mir, ey, Digga, du kleiner Dreckiger. Ich wusste mir, fünf Eimer gefehlt. Hä? Ich dachte, das ist ein Dungeon gewesen. Ich wusste nicht, dass du hier wohnst. Wirklich. Alter, du bist in meine Lagerräume gegangen und hast da Selbstbedienung gemacht. Ja, ich dachte, das war ein Dungeon gewesen. Ich habe mich gewundert, warum das auch so einfach war. Also muss ich zugeben, jetzt muss ich sagen. Ey, Leute, schreibt in die Kommentare. Was würdet ihr jetzt mit dem machen? Ja, ich weiß ja nicht, was ich von dir halten soll, Candy. Ganz ehrlich. Du hast bei mir geklaut. Du hast dir hier heimlich was bei mir gebaut. Ich will gar nicht wissen, was du alles geklaut hast, ja? Ey, ich weiß nicht, was ich von dir halten soll. Weißt du was? Sag mal so, ja. Leg dich nicht mit mir an. Ich habe Full-Dia. Also die Schuhe hatten Eiferstein geklaut, aber ich habe Full-Dia. Aua, okay. Aua, bitte. Hör auf, ich ziehe es aus. Ich ziehe es aus. Ich ziehe es aus, so. Oder weißt du was? Zieh nochmal deine Full-Dia an. Mich interessiert mal kurz was. Ey, ich habe 35 Level. Bitte mach jetzt keine Experimente mehr. Ich will nur mal wissen, wie viel Schaden mein Bogen macht. Ja, toll. Jetzt bitte nicht. Aua. Ey, stopp, stopp, stopp. Wie viel hat der gemacht? Der hat ganz viel gemacht. Ich habe fünf Herzen verloren. Zwei Pfeile und ich bin tot. Ja, okay. Sehr gut, sehr gut. Trotz Full-Dia. Ja, gut. Also, pass mal auf, Candy. Ganz kurz. Hast du vielleicht nochmal ein Fleisch oder so für mich? Ah, Alter. Jetzt auch noch die ganze Zeit hier bei mir Essen schnoren. Pass auf, Candy. Letztes Mal habe ich dir vertraut. Du hast mein Vertrauen gebrochen. Warum sollte ich dir also wieder vertrauen? Ich habe immer pünktlich bezahlt meine Miete. Letztes Mal hast du quasi deine Steuer bezahlt, weil du hier in meinem Land gebaut hast. Jetzt baust du in meinem Berg was. Und deswegen wirst du dafür Miete zahlen. Ich werde deine Bude hier nicht explodieren lassen oder sowas. Du darfst hier wohnen. Es gibt nur noch Regeln. Und wenn die Regeln gebrochen werden, dann mache ich dich fertig. Ich habe eine Idee. Moment, Moment. Ich habe eine Idee. Sag nicht mehr. Werde die Regeln niederschreiben. Also Regeln. Schieß los. Was sind die Regeln? Regel Nummer 1. Die Hühnerfarm kommt weiter weg, damit ich die Kackhühner in meinem Wohnzimmer nicht höre. Hühner verboten. Oder machst du gar verboten oder von mir aus dahinter dein Pool irgendwo dahinten, wo ich es nicht höre. Ist mir egal. Ja, habe ich notiert. Was ist die nächste Regel? Regel Nummer 2. Es wird nichts mehr. Auch nicht ein Dirtblock. Bei mir geklaut. Beziehungsweise ich mache die Regel besser. Du läufst nicht mehr in meine Bude rein. Wenn ich nicht online bin, hast du Verbot bei mir reinzukommen. Aus verboten. Aus verboten und auch generell Clown verboten. Aus verboten. Aus verboten. Aus verboten. Oh, bitte nicht mit dem Schwert. Ja, ich glaube manchmal brauchst du das, um dich zu erinnern, was du damals abgezogen hast. Ja, ich erinnere mich. Jetzt, wo du es sagst, habe ich es. Ich erinnere mich. Ich habe mich verbündet. So, dann nächster Punkt. Aufschreiben. Aufschreiben. Ja, ja. Das sind die Regeln. Und Punkt Nummer 5. Regelmäßig die Miete zahlen. Oh, ja. Miete zahlen. Und das ist die Miete? Die Miete hat sich übrigens ein bisschen erhöht. Oh, oh. Die Miete ist jetzt ein Diamant pro Woche. Was? Mann, ich habe damit schon gerechnet. Ich habe schon einen Diamanten besorgt. Ja, den habe ich mir auch schon genommen. Den wolltest du ja eigentlich Timmy geben, weil in meiner Bude jetzt gehört er mir. Das ist hier eine Luxusgegend hier in dem Berg. Ja, das kostet einen Diamant die Woche Miete. Ja, gut. Dann sollten wir uns ja einig sein. Ja, dann darfst du von mir aus hier wohnen. Und du machst dir aber einen eigenen Eingang. Du läufst hier nicht mehr über mein Dach hier rein. Einen eigenen Eingang. Habe ich verstanden. So, und die Hühner kommen hier weg, ja? Die nerven mich nämlich. Hühner kommen weg. So. Klar. Gut, dann mach es gut, Candy. Wiedersehen. Hey, Leute, baut der hier? Ich glaube es ja nicht. Hat der einfach hier genau über mir was gebaut. Aber ganz ehrlich, Leute, soll der doch hier bleiben. Wir haben jetzt ja ein paar Regeln aufgestellt. Das ist jetzt einfach so wie mein Sklave, Leute. Der muss hier immer Diamanten an mich abdrücken. Der muss hier immer Diamanten an mich abdrücken, Leute. Und muss sich hier an meine Regeln halten. Darf hier keine Hühner und sowas haben. Ja, dann soll der, ganz ehrlich, Leute, dann soll der da bleiben. Stört mich erstmal nicht. Wenn er uns nervt, dann werden wir einfach seine Bude in die Luft sprengen. Aber das glaubt er ja wohl selbst nicht, dass ihm das nicht aufgefallen ist, dass wir hier in der Nähe waren. Das war wie letztes Mal mit seiner Burg. Baut er da einfach so eine geheime Wohnung bei uns, ey? Ich glaub's nicht. Schreibt auf jeden Fall jetzt mal in die Kommentare, was ihr mit so einem ungebetenen Gast gemacht hättet. Hättet ihr ihn direkt jetzt in die Luft gejagt? Oder? Ich denke aber, eigentlich ist es ganz schlau, was wir gemacht haben. Sag ich euch ehrlich. Ich denke, das ist eigentlich sogar ganz schlau, Leute. So. Und wenn er einen Regel... Aua, wir hätten noch sagen müssen, was passiert, wenn er einen Regelverstoß macht. Das hätten wir noch festlegen müssen, Leute. Naja, egal. Das können wir ja nächstes Mal mit ihm festlegen. Ich würde sagen, wir schauen jetzt nochmal schnell in unsere XP-Farm rein. Boah, ich hoffe, die läuft, Freunde. Weil letztes Mal war die noch so ein bisschen... Ähm, ja. Ja, ist irgendwie noch nicht so richtig abgegangen. Obwohl wir vier Spawn-Etagen gemacht haben. Und mit unserem Casino müssen wir auch mal unbedingt weitermachen. Oh, ich höre hier aber schon ein paar Zombies. Ja, ja. So, dann gehen wir hier mal runter. Das ist halt das Gute hier auf dem Server. Die läuft ja quasi immer weiter, wenn hier jemand online ist. Toll. Ein Creeper. Ein Creeper ist hier. Danke für nix. Ich muss das auch mal hier so machen mit den Kisten, Leute. Mit so Trichtern und einer Kiste, Freunde. Damit wir hier mal das Zeug einsammeln. Schade, Freunde. Ihr müsst mir wirklich mal in die Kommentare schreiben, wie ich die XP-Farm noch verbessern kann. Ja, irgendwie geht die hier noch nicht so richtig ab. Aber ich weiß nicht, warum. Wir können ja hier nochmal reinschauen, was hier so abgeht. Ah, hier spawnt irgendwie einfach nicht so viel. Warum spawnt denn hier kaum was? Verstehe das nicht, Leute. Oder wir müssen vielleicht mal mit der ganzen Kohle, die wir haben, richtig viele Fackeln machen. Und diese unterirdische Höhle, die wir da gefunden haben, noch einmal komplett ausleuchten. Wisst ihr was? Das werde ich jetzt mal machen. Und vielleicht spawnen dann die Monster, die da in der Höhle spawnen, eben in Zukunft eher in unserer Monster-Farm. Oh, Leute. Wir sind ja auch schon Level 26 mit ein bisschen Quarz-Farmen. Könnten wir noch Level 30 werden und dann heute sogar mal wieder was verzaubern. Müssen wir auf jeden Fall auch noch weitermachen hier mit unserem Verzauberungstisch. Und ein paar Bücherregale brauchen wir tatsächlich noch. Warte mal. Leder haben wir jetzt hier auch wieder neues. Und Papier habe ich auch am Start. So. Schön ein paar Bücher machen, Leute. Let's go. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es mir beim Bücher machen mal am Papier fehlt und nicht am Leder. Sonst ist das irgendwie immer umgekehrt. Oh, und ich habe wieder gar kein Holz mehr, ey, Leute. Das darf nicht wahr sein. Das darf hier nicht wahr sein. Wir brauchen unbedingt Holz wieder. Unser Schwarzpulver-Vorrat ist gar nicht mal so schlecht durch unsere Farben aktuell, weil da relativ viele Creeper kommen. So. Ich gehe jetzt hier schnell nochmal ein bisschen Holz farmen, Leute. Warte mal. Nee. Erstmal Zuckerrohr. Erstmal Zuckerrohr noch ein bisschen mitnehmen. Zack, 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 zack. So. Weil vielleicht kriegen wir sogar heute noch unsere Bücherregale fertig, die wir brauchen. Oh ja, Leute. Da freue ich mich. Ich glaube, unser Verzauberungsraum könnte heute echt noch fertig werden. So. Dann machen wir hier nochmal ein bisschen mehr Papier, Leute. Zack, zack, zack. Und Bücher machen. So. Okay. Wir haben jetzt insgesamt 19 Bücher. Damit sollten wir auf jeden Fall. Man braucht drei pro Regal. Das heißt, 19 durch 3. Keine Ahnung, kann man nicht teilen. 18 durch 3. Sechs weitere Bücherregale können wir dadurch machen. Okay. Dafür müssen wir jetzt aber erst nochmal ein bisschen Holz holen gehen. Das Ding ist auch, viele von euch haben ja auch in die Kommentare geschrieben, dass der Alpha-Clan irgendwie gerade ein Gefängnis vorbereitet zu bauen. Das sollten wir uns irgendwie auch mal anschauen. Weil wenn die jetzt hier uns alle YouTuber einsperren wollen, Leute. Oh, ich meine Hack hier nicht dabei. Egal. Lassen wir kurz auf. Was haben die denn da? Also irgendwie, das sieht ja jetzt irgendwie nicht nach einem Gefängnis aus da, was die da bauen. So, ich baue jetzt einfach mal hier kurz die Bäume hier weg. Brauchen wir sowieso nicht. Oh, Leute, wir müssen unbedingt auch unser Casino mal weiter bauen. Also zurzeit haben wir echt so viele Baustellen. Verzauberungsraum, unsere XP-Farm, Casino. Dann haben wir so einen unerwarteten Mitbewohner noch bei uns zu Hause. Dann auf der anderen Seite der Alpha-Clan, die da irgendwie, keine Ahnung, ein Gefängnis oder so gerade bauen. Das sollten wir uns auf jeden Fall echt gleich mal anschauen. Das machen wir auf jeden Fall auch gleich mal, wenn wir unseren Verzauberungsraum fertig haben. Also irgendwie drehen hier gerade alle durch, Leute. Na gut, sollen die mal versuchen. Sollen die mal versuchen, mich einzusperren, der Alpha-Clan. Mit meinem Netarite-Schwert und meinem Bogen haue ich die direkt weg, Leute. Das will ich sehen, wie die mich einsperren wollen. So, okay. Sechs weitere Bücherregale, nicht schlecht. Wir haben jetzt insgesamt... Wie viel braucht man? Man braucht 15, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Man braucht insgesamt 15 für das volle Verzauberungslevel. Ey, nur noch drei weitere fehlen uns. Können wir uns die nicht kaufen für Smaragde? Bei diesem... Bei unserem Villager-Händler? Wartet mal, Leute. Oh mein Gott. Ich glaube, wir kriegen das heute echt noch fertig. Wir laufen da mal schnell hin. So, Tür auf hier. Oh mein Gott. Das wäre ja wirklich so nice. Unseren eigenen Verzauberungsraum endlich mal. Wie gesagt, nur mit der XP-Farm. Das ärgert mich so, dass die irgendwie noch nicht so richtig am Laufen ist. Ja, Stani muss hier auch noch sein Autohaus ein bisschen weiterbauen. Ist er auch noch nicht so wirklich weit gekommen? Alter, die haben die Mauer ja hier richtig fett gebaut. Oh mein Gott, Leute. Die meinen das richtig ernst mit ihrem Alpha-Clang-Gefängnis. Hallo, Villager. Moin, Meister. Hast du mich vermisst oder was? Was? Das kostet jetzt 19 Maragde mittlerweile. Ich dachte vier. Das ist ja so teuer. Uns fehlen ja nur noch drei. Ey, das wäre so ärgerlich. Wir müssen das eigentlich heute noch fertig kriegen. Ihr habt mir aber auch mal in die Kommentare geschrieben, Leute. Wenn man dieses Lesepult dem neu hinstellt, dass der dann irgendwie so ein paar neue Moves am Start hat. So, was bietet der mir jetzt an? Immer noch das Gleiche. Ey, der hat ja gar keine neuen Sachen jetzt hier für mich. Er hat irgendwie leider nichts geändert. Vielleicht habe ich auch euren Tipp in den Kommentaren falsch verstanden. Aber ich dachte, ihr hättet mir geschrieben, man muss das neu abbauen und dann kriegt der neue Sachen. Okay, wir haben jetzt 13. Oh, noch zwei weitere. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch sechs weitere Bücher und ein Buch sind drei. Drei mal sechs sind 18. Mit 18 Papier könnten wir es fertig kriegen. Und 18 Papier sind drei mal 18. Wie viel Zuckerrohr brauchen wir dafür? 54. 54 Zuckerrohr brauchen wir dafür. Ich baue mich jetzt mal kurz hin. Ich hoffe, niemand vom Alpha Clan ist gerade da, Leute. Ich hoffe, niemand von dem Alpha Clan ist gerade da. Das könnte hier echt gefährlich werden, wenn die hier wirklich anfangen, uns YouTuber einzusperren. Ey, meint ihr, das ist das Gefängnis von denen? Das sieht ja eben schon so ein bisschen aus wie so ein Gefängnishof. Bestimmt ist das das Gefängnis. Bestimmt ist das hier das Gefängnis von denen. Wir schauen uns das mal kurz an. Oh mein Gott, die haben Obsidian. Oh, 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 oh. Hallo, hallo. Weg dir. Ey, aua, hör auf mich zu hauen, Mann. Spinnst du? Was soll das? Oh, Leute, wir wurden entdeckt. Was machst du hier? Ey, was soll das? Hör auf mich zu hauen. Runter hier von Alpha Clan, du darfst hier nicht stehen. Was ist das, was ihr hier baut? Das ist gar nichts. Raus. Oh mein Gott. Ey, hör auf mich zu hauen jetzt. Ich hab Labe einmal. Komm her. Ah, aua. Beruhig dich mal. Ich mach dich lieber mal auf. War nicht so schnell, wie du kannst, Mann. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, ich hau ja schon ab, Mann. Beruhig dich. Oh mein Gott, hör auf, Mann. Entspann dich. Ah. Hör auf jetzt. Ich mach jetzt mal runter von Alpha Clan. Ja, ich geh ja schon. Mann, ich brenn hier die ganze Zeit. Ich bin gleich tot, Mann. Das hast du davon. Ey, Leute, ich bin einfach gestorben gerade. Der Alpha Stein hat mich getötet. Und wir waren Level 26. Und wir hatten unseren ganzen Loot dabei. Oh nein, 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 nein. Ey, Mann, diese Leute, die bauen da wirklich ein Gefäß. Okay, das gibt jetzt wieder Krieg. Das gibt jetzt hier wieder Krieg, Mann. Was soll das? Ey, ich muss ganz schnell meinen Loot wiederholen. Wenn der meinen Loot jetzt in die Finger kriegt, dann sind wir richtig geliefert, Leute. Dann sind wir komplett am Ende. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut, Freunde. Nein, 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 nein. Schnell, 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 zurück. Oh, schau, komm, 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 komm. Mein Loot, mein Loot, mein Loot. Er darf das nicht sehen. Er darf das nicht sehen. Hey, Krieg, Max. Ey, lass meinen Loot in Ruhe. Hey, hey, hey. Du riechst ein Eis auf dich. Hey, hör auf, Mann. Gib mir meine Sachen wieder. Du riechst gar nichts. Mitkommen sofort. Wie, mitkommen? Das war's mit dir. Was soll das? Ey, komm, Alter. Ich hab jetzt schön eingebaut, ein Crymax. Wir können das... Wir können das doch klären, Mann. Das wurde beschlagt, Mann. Du hast letzte Folge unsere Burkid zerstört. Das geht nicht. Wie... Digga, was soll das denn jetzt hier, Mann? Gib mir meine Sachen wieder. Mitkommen sofort. Los, du hast keine Wahl und ich besiege dich wieder. Äh... Äh, nein. Niemals. Mitkommen, los im Rund. Oh, nein, 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 nein. Der verfolgt uns, Leute. Du hast keine Wahl. Oh, was soll das denn jetzt? Ich hab um wenig Feuerschwert. Ein Crymax ist dringend. Ja, okay, okay, okay. Ich geb auf. Ich geb auf. Nicht wiederhauen. Nicht wiederhauen. Los, mitkommen. Du hast keine Wahl. Du scheiße. Was soll das denn jetzt hier? Oh, nein. Was willst du denn jetzt von mir machen? Jetzt ein Crymax. Du kommst sofort hier mit. Du kommst mit in Alpha Town. Wir müssen nicht mitnehmen. Ey, ist doch alles gut. Gib mir meinen Loot und ich bezahle dich dafür. Ich geb dir Diamanten und so. Ich geb dir gar nix. Du kommst mit. Du hörst jetzt auf mich. Alles, was ich hier sage. Du bist jetzt hier ein Gefangener vom Alpha Clan. Ah, ups. Warte mal, ups. Ey, mitkommen. Ich hab Hauen. Du kommst hier nicht mehr weg. Ihr kriegt mich niemals. Oh, Leute, 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 Leute. Weg hier, weg hier, weg hier. Ah, er verfolgt mich. Oh, ich will nicht mit euch zu tun haben, Alpha Clan. Los, mitkommen. Oh. Ja, okay, okay, okay. Mit Crymax. Es bringt nichts. Nicht hauen, nicht hauen. Ich hab nur noch drei Herzen. Los, komm jetzt mit. Wir müssen hochschwimmen. Oh, okay. Ist ja gut. Leute, ich glaub, wir haben keine andere Wahl. Der killt uns jetzt jedes Mal. Und wir kommen nicht an unseren Loot ran. Oh, Mann, 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 Mann. Los, hochgehen. Moment, ich bau hier alles frei. Mich abhauen. Es ist zu spät. Scheiße, ey. Kannst du mir wenigstens was zu essen geben? Du brauchst Essen. Gib ich dir gleich alles. Ich werde dich versorgen wie meinen eigenen Sohn. Ey, was soll das? Warum willst du mich denn jetzt versorgen, Mann? Was soll das? Ja, das wirst du gleich sehen. Moment. Oh, nein, Leute. Denkt ihr, der will mich ins Gefängnis reinstecken von ihm? Oh, ich kann aber nicht abbauen. Ich hab das schon zweimal versucht. Der killt mich sofort. Ich hab ja auch nicht mal Loot, um mich irgendwie einzubauen oder so. Du hast mir gerade eh das Gebäude da angeguckt. Und ich würd sagen, daran kann sich schon mal gewöhnen an das Gebäude. Oh, oh. Was ist das? Was habt ihr vor mit mir? Gar nix. Mitkram, los. Spöne ich. Oh, mein Gott. Du, es war ganz wichtig. Schau dir das jetzt an. Du wolltest da gerade eh reingehen. Deswegen guck mal, was da drin ist. Ich will da nicht reingehen. Ich will da nicht reingehen. Wirklich? Ah, okay, okay. Ist ja gut. So, du siehst hier schon. Das hier müssen wir abbauen, so. Und zwar ist das hier unser Gefängnis. Hey, was ist denn hier da raus? Herr Kauvex, ich hab nie ein Schwert. Du haust dich ab. Stehen bleiben. Los, hab alle Items. Ich versieg dich. Ja, okay, okay, okay. Ah, ich hab... Alles droppt sofort. Ja, okay. Du kannst hier nicht mehr abhauen. Und ich werde doch gleich sicher gehen, dass du sicherstellen, dass du hier kein Items mehr dabei hast. Deswegen komm mit. Oh, ich seh deinen Namen. Was geht ab? Oh, mein Gott, Leute. Ich hab die Hose noch behalten. Okay, da ist jemand. Alles gut. Los, du gehst jetzt rein. Los, bewegt dich. Ja, okay, ist ja gut. Das hier ist dein neues Zuhause, ein Kribex. Nein, Mann, nein. Lass mich raus. Ich lass mich nicht raus. Ich lass mich einsperren. Du musst jetzt reingehen sofort. Ich will mich nicht einsperren lassen. Du hast keine Wahl. Beweg dich jetzt. Oh, Mann, Alter. Ich will nicht hier in den Knast rein. So, vorüber gehen. Komm erst mal die Blöcke hin. Ich beeile mich kurz. Ich muss eine neue Blöcke holen. Oh, Mann, Alter. Was soll das? Warte, ich mach dir noch ein bisschen Fenster, damit du ein bisschen rauskriegst. Ich mach die Scheiben kaputt hier. Du hast gar nichts kaputt. Bring dir nix. Du hörst jetzt aufpassen. Oh, mein Gott. Nein, Leute. Wir wurden... Ey, ist das passiert, wovor ihr mich gewarnt habt? Wenn du hier gar nicht mehr rauskommst. Oh, scheiße, Mann. Jetzt ein Crybanks. Nein, nein. Oh, Mann, ey. Super, sind die wieder rauskrieg. Nein, lass mich raus, Mann. Außenrum ist jetzt komplett Lava. Das heißt, du kommst hier gar nicht mehr weg. Du sch... Oh, mein Gott. Ich hab auch nur noch zweieinhalb Herzen. Oh, mein Gott. Mein ganzer guter Loot und so. Ihr müsst Stani Bescheid sagen. Ihr müsst... Stani und ich, wir sind doch die Einbruchbrüder. Ich brauch hier meinen... Jetzt brauch ich meinen Ausbruchbruder Stani. Leute, geht mal... Ich geh mal zu Stani. Geh zu Armin, zu SU. Keine Ahnung was. Ich bin hier... Alter, nein. Ich hab nur ne Fackel und ne... Okay, wir haben eine Hose zumindest. Die haben wir behalten. Die hab ich ihm nicht rausgerückt. Aber das bringt uns hier gar nichts, Leute. Das bringt... Hey, geht's dir! Mir geht's schlecht. Mir geht's schlecht. Ich brauch unbedingt Essen. Du brauchst Essen. Ja, ich verhunger gleich. Was ist das anders für den Moment? Ich verhunger gleich. Oh, Mann, ey. Leute, wir müssen uns irgendwas überlegen, um hier rauszukommen. Der muss mir irgendwas reinbringen. Der muss mir irgendwas reinbringen hier. Damit ich dann vielleicht auch... Leute, ich kann hier nicht drinbleiben. Was soll ich denn hier machen? Hubert, nein. Hör auf. Ich komm jetzt in die Zelle rein. Ganz wichtig, okay? Du reißt dich nicht ein. Was soll ich dich denn angreifen? Du hörst jetzt auf deinen Chef. Auf meinen Chef, sagt er. Guck mal, ich hab einen Benz für dich. Jetzt kannst du hier einfach Rechtsklick drücken auf das Benz. Los, mach Planz. Mach Planz. Au, aua. Beruhig dich. Mach Rechtsklick auf das Benz. Du furcht. Nein, ich will mich da nicht hinlegen. Du furcht. Du hast keine Wahl. Du musst hier respawnen. Ich muss nicht ergehen, dass da Elemental ist. Ich muss dich einfach besiegen, Crymax. Verdammt. Ich will mich hier nicht hinlegen, Mann. Rechtsklick. Ist ja gut. Hehehe, perfekt. Nein, Leute. Jetzt sind wir hier gefangen, Mann. Nein, ich bin hier für immer gefangen. Hey, hör mit dir weiter. Nein, nein, nein. Mann, ey. So, jetzt ist hier alles perfekt eingerichtet für dich. Dankeschön. Oh, Mann. Lass mich raus. Das wird Rache geben, Alphastein. Du bist jetzt ein Gefangener des Alphaglans. Siehe. Warte, ich bin ein Gefangener des Alphaglans, Mann. Ich muss schon Musik dazu holen. Ich glaube, alleine packe ich das nicht. Der muss jetzt schön Wache eingen. Nein, 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 nein. Ey, aber sicher bitte mein Loot wenigstens. Oh, ähm. Ich glaube, du hast das Nacerite-Schwert, oder? Ja. Oh, wie nice. Dankeschön. Du bist jetzt ein Gefangener des Alphaglans. Nein, nein, nein. Mein Loot. Hey, nein. Leute, was ist das denn? Oh, das geht... Oh, Mann, 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 Mann. Ich versuche, mich jetzt hier rauszubauen. Es muss hier irgendein Schlupfloch geben. Es muss hier irgendein Schlupfloch geben. Wir können das nicht abbauen. Oh, verdammt, 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 verdammt. Ey, was habt ihr vor, Mann? Ich wollte... Oh, Gott. Ich wollte nur was sehen. Ich wollte nur was sehen. Zwei Blöcke, deswegen abbauen. Ich habe gar nichts gemacht. Mein Crymex. Ja. Großer Abstein. Aua. Nein. Du kannst eine Folge, Ben. Du wirst in die ganze Folge nicht mehr rauskommen. Mein Crymex, das war es mit dir. Oh, mein Gott. Verdammt, Leute. Ich würde die ganze Wache über dich halten. Mann. Das wird Rache geben. Ich werde hier früher oder später rauskommen. Rind schön weiter. Ich hole jetzt erstmal dein Loot. Nein, 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 nein. Nein, Mann. Ey, Leute. Ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Wir sind im Gefängnis von Alphastein gelandet. Leute, was sollen wir machen? Wir brauchen Hilfe. Wir kommen hier sonst allein nie raus. Oh, wer kümmert sich jetzt um deine Hundis? Oh, nein. Meine Hundis. Lass meine Hunde. Oh, ich muss die Fütter gehen. Okay. Lass meine Hunde aus dem Spiel. Ich glaube, das ist die Schwert. Könnte den schmecken. Oh, nein. Ey, wenn du meinen Hunden jetzt was antust, Alphastein. Ich sag's dir. Was? Ey, ich sag's dir. Wenn du meinen Hunden jetzt was antust, dann wirst du... Du kannst schön weiterreden. Der Alphastein hat jetzt die Insel verdammt. Dann werden die Hunde das Letzte sein, was du siehst. Du bist nur der Erste, Crymex. Neben dir haben wir noch eine andere Zelle. Hier wird bald auch einer reinkommen. Und zwar Steffi. Wir werden ja alle reinpacken. Ja, ist ja gut. Ich würde sagen, das soll's gewesen sein. Bis dahin, haut da rein, Leute. Euer Crymex. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020